Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Deep by Daylight. Der Chat wird wieder getippt, wie immer, ne. Kann man nicht anders erwarten. Aber ich darf heute Monster sein, die Nurse darf ich heute spielen, die wurde schon in der letzten Folge ausprobiert vom Erik. Und heute darf ich das machen, das ist sehr toll. Das ist sehr schön. Du bist nicht mehr dran. Entschuldigung, meine Stimme ist einfach so, ich kann nichts dafür. Du bist einfach ein Killer-Feeling. Denn Curry wird eine ganz tolle Krankenschwester sein. Curry! Die ganze Folge mach ich jetzt die ganze Zeit so... Curry, vielleicht kriegst du hier einen neuen Map. Boah, das wär so toll. Die neue Map? Ja, das wär geil. Beide, ne. Curry, Alter, dann wär wohl der Hammer oder nicht. Die neue Map. Boah, ich drück die Daumen, echt. So, wir sind noch nicht fähig. Mett, geil. Die Mett-Mett. Mett. Mett. Mett-Mett. 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 Mett-Mett-Mett. Aus Schneppendorf. Gibt's irgendetwas? Wer hat das? Fischlpeut-Buget. Mett! Gedämpftes Mondlicht. Mett-Mett. Bvr! Warte mal. Mett, hat die Chance hinzukommen? Mett! Mett-Mett! Mett! ist das ein türkisches oder was ist das ein falafel ein falafel ist voll geil schöner dünner wie hieß das, was wir gestern hatten börek börek ist auch ein börek mit spiegelei, spinat gestern war ich auch bei irgendeinem Türken du warst einfach bei irgendeinem Türken du bist der Türke, hast'n Döner einmal war Gürkern geklingelt und dann mit M2 kann man teleportieren das soll möglich sein wie läuft das denn ab, wenn ich da jetzt drauf drücke du musst das ausprobieren, Curry ok, mach ich aber bitte woanders ach, ich muss es gedrückt halten, oder wie naja, warte ach, man kann das aufladen hat der grad geschrieben? jaja schien mal ein Hüttenschreier richtig, das wusste ich gar nicht ok, Freunde ist ein weisiger Bescheid dann wollen wir doch mal vorbei probier doch mal noch ein bisschen rum probier doch mal ich hab' gehört, jemand möchte heute Blut ableben wett? ableben? abnehmen! kauf dir ein Pampon! nehm'n Tobi, nimm deine Steaks aus dem Ohr, Mann! haha, Curry, mach jetzt alle Generatoren! da 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 ich hab' jetzt grad viel zu lang rum probiert, das ist das Problem ach nö, find' ich nicht das ist das Problem das ist meine Challenge, ich mach jetzt ganz schnell alle Generatoren ganz allein sehr geil hast du ein Köffernchen? ja ich hab' mein leider verloren wer ist denn hier? Köffertiers hallo? jemand da? mit dir will, glaub' ich nicht generatoren generatoren Mann! der andere ist gleich auch fertig hörtest du bitte, das, das Quieken ist ja ekelhaft tschuldigung ich hab's nur auf dem Kopf, da hab' ich so'n Babyvögel einfach ja, so hört sich das doch an Babyvögel, auch Tobi, hör' mal auf damit, Mann was denn, was denn, wer will ein Babyvögel? was denn, was denn, wer will ein Babyvögel? kranken Bastarde Curry war das Mann ja, ja, Curry will ein Babyvögel? ja, was ist los? du kannst doch nicht Babysvögel, hör' auf damit, wir haben darüber schon gesprochen das kannst du nicht, das geht nicht, Alter das geht einfach nicht wie, du willst mit Federn vögeln? nein, die haben Federn ja, Mann, die haben keine Federn wieso find's mich eigentlich immer, Curry, was ist da los? ist das die Dachte vorhin? dann hab' ich deine Mütze gesehen, deine Käppi okay, ich glaub' die kleine Schwester hasse ich Curry hat drei Haare und eins davon pisst hahahaha 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 Uihihi Entschuldigung was, du musst ihr leider lachen, ist mir echt leid das ist ja witzig was ist das so'n komischer Spruch Curry, es tut mir sehr leid, ich müsste lachen nein, ein bisschen mehr als ich wollte das war knapp, ne da war doch total viel Luft zwischen Ja, ja. Was denn? Wo zwischen? Zwischen Currys Beinen? Heute ist echt wieder, heute ist wieder richtig. Curry, hast du gehört? Ich hab gesagt, wir sind gemein. Ich hab jetzt zwei Wochen Pause gehabt, Curry. Tobi, mein Freund! Komm mal her! Tobi, Tobi! Tobi, super. Hey, Curry, Alter, was ist mit dir denn los? Tobi ist der Beste. Ja, denkst du auch, ich bin doof, oder was? Alter, jetzt gehen wir doch nicht auf den Sack hier. Tobi, 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 Tobi. Ey, pass mal auf. Was war das denn? Ey, okay, man muss das noch ein bisschen... Okay, ich glaube, ich hab's gecheckt, aber... Ja. Hätte ich null gegen. So die Chibi-Zeichnung, zum Beispiel, professionelle. Was checkst du denn nicht? Was ist denn los bei dir? Ich check die einfach nicht. Wieso checkst du die denn nicht? Das ist zu viel für mein Kopf. Ich dachte, das wäre so einfach. Ich dachte, das wäre so einfach, mit der zu spielen. Hab ich gedacht, hast du, hast du vorhin noch gesagt, in der alten... Ja, das hast du vorhin noch behauptet, dass sie super einfach zum Spielen wäre. Das hab ich gesagt? Das hast du gesagt. Ganzhaft? Okay, du solltest weniger saufen, Alter. Ganz ehrlich, das möchte ich das bitte zurücknehmen. Dass ich da einfach zu blöd wäre. Das war dein Zitat. Ja, okay. Okay, ich finde gerade niemanden. Das ist echt toll, ne? Das ist super. Finde ich gut. Also einer wird wahrscheinlich jetzt die Paaren wiederbeleben oder irgendwas machen. Nee, ich bin voll weit weg. So was macht niemanden weg. Herr, Herr Koffer! Was denn? Herr Koffer. Der andere hat einen Koffer gehabt. Ich weiß nicht, aber auch, was du meinst. Dankeschön. Kommt mal mit. Ach ja, ich habe gar nicht bemerkt, dass ich einen Koffer habe. Ach, der kommt da einfach um die Ecke. Wie so ein verschrumpelter Fisch einfach. Ey! Ach, scheiße. Ich konnte der mich sehen. Ich war so hoch aufhören. Das hätten wir auch gerade gefragt. Äh, Tobilein. Das ist ein Cheater. Du musst doch gar nicht traurig sein. Hä? Das ist die Pan. Was denn? Was denn da gerade Tobilein gesungen hat? Der ja gerade die Paare sieht. Ey, Tobilein. Du bist ein bisschen verwirrt, der Junge. Ja, gut, aber das ist... Wie ist die langgegangen? Hier. Hier in meine Richtung ist er. Curry. Mhm. Na, Curry? Kurben, Durben, Kurben, Nun. Binden Sie den Ausgang, liebe Damen und Herren. Hau! 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 Oh. Tschüss. Oh, der war ein Neu-Trotis-Krieg. Ich habe sie mir nicht gesehen. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Hau! Ich wollte doch nur den Tobi ein bisschen eine machen. Die wollte die doch reparieren. Tobi, hast du Recover-Folge? Ja. Ich nicht. Warte, ich mach mal eben. Okay. Wie ist mein Fuß? Ich beschmier dich mit meinem Blut, warte. Ja, das war ich. Ich habe noch AIDS. Dankeschön. Boah, Alter, ist das richtig gut. Ja, Curry, jetzt kannst du kommen. Es ist auch egal, hier. Nein. Ich hoffe, ich heile mich. Hey, nehme ich mit. Hallo. Nehmen Sie mich mit. Herr Zahn, los. Nehmen Sie mich mit. Alter, lass mich doch jetzt hier nicht liegen schon wieder. Ja, warte, ich muss doch mal gerade jemanden jagen hier. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Oh Mann, ey. Oh, guck mal, warte mal. Obwohl, es gibt noch eine kleine Möglichkeit. Weine nicht. Da, ist eine... Weine nicht. Weine nicht, Thomas. Weine nicht. Doch, Thomas. Thomas, traurig. Thomas, sie ist traurig. Darm, darm. Darm, darm. Das war einfach zu riskant. Darm, darm. Darm. Statt, statt. Ne, lass das mal. Äh, Kevin. Kevin, was ist los? Hey, hier bin ich auch. Wiggle, Wiggle, Wiggle. Ich wollte doch nur den Tobi heilen. Hi, wieso fliege ich? Du hast mich auch mit dem Arsch aufgehangen. Was ist denn falsch mit dir? Ja, Arsch kommt immer zuerst bei mir. Das ist aber jemand analpektiert. Arsch ist an erster Stelle. Tobi? Hm? Oh, hallo. In Klever mag man ein kacke Klümpchen. Die Schwester schaut vorbei. Jutenach. Jutenach, mein frutes Stimmen. Ach, ist doch nicht wahr. Ah. Pan, ich komme nicht retten. Ich laufe einfach mit dem Haken zu dir hin. Tobi, verblutest du hier? Also, ich versuche es zu pflichten. Es bringt halt eh nichts. Ich würde es an deiner Stelle auch tun. Noch will ich nicht. Ne, ist egal. Aber Tobi, jetzt kommt noch rein. Ich hatte gar keine Fluchtchance, tatsächlich. Ich liebe noch. Ja, der Tobi, der Tobi lebt noch. Ja, echt? Das kann doch nicht sein. Der Tobi ist ganz weit vorne mit seinem Leben. Der verblutet ist auch jetzt der Tobi, nein. Tobi, deine Chance. Tobi, deine Chance. Oh, ich bin gleich fast frei. Hol sie dir, komm, Tobi. Ich entkomme. Oh, Mann, oh. Ich habe gerade die Luke nicht gefunden. Der Tobi ist entkommen. Der grinst ganz frech unten links. Hey, was soll das? Guck mal hin. Ist ja doof. Was denn? Was machst du da? Der spielt mit mir. Wie, ich kann die Luke finden. Ja, geh zur Luke, Pan. Pan, geh zur Luke. Ey, Pan, du musst zur Luke. Du bist letztes Überleben. Du musst Luke gehen. Du musst noch so drücken. Ach, Arsch. Du. Das ist etwas, was ich vermisst habe. Die erste Liga bei Data Calling, da war der Curry ja so abgrundtief böse. Der Curry ist so böse. Ja, aber der wohnt aber ein bisschen weich. Der Curry ist doch jetzt gar nicht mehr. Der Curry ist ein sehr böser Mensch. Seitdem diese Liebesbeziehung hier mit dem Tobi angefangen hat. Wie die Beine über Boden schleifen, wenn sie so fliegen. Meinst du, seitdem ist er weich geworden? Seit der Tobi-Liebe? Ach ja. Glaube schon. Ja, irgendwas hat der Tobi auf jeden Fall gemacht, weil sonst war er immer als erster tot. Mit dir meinst du? Und er wurde als erster angegriffen. Er hat mit dir was gemacht. Er hat mit mir, der macht ja immer was mit mir. Das finde ich schön. Hä, wie sagen wir denn jetzt gleich Frisur? Hä, wie soll ich jetzt gleich was an? Wenn die Aufnahme vorbei ist, dann macht er immer so komisches Zeug. Was denn genau? Erzähl doch mal ganz kurz. Ja, zum Beispiel reißt der mir dann plötzlich die Hose vom Leib und dann ist der Tobi plötzlich auf dem Knien und dann müssen wir blinde Kuh spielen. Mann, das gibt aber auch viele Bilder. Mann, das gibt aber viele Bilder. Oh Gott, ich habe Angst. Wer ist denn hier nicht bereit? Thomas? Ich bin, ja, 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 warte, ich probier's jetzt nochmal mit dem Teleportieren. Vielleicht klappt das. Aber es wurde auch gesagt, dass, ich glaube, das liegt aber an dem Perk, dass man, wenn man, wenn Leute verbundet sind, dass man die dann sieht hinter der Wand oder so. Liegt das an der Schwester oder? Hör auf damit, das zu sagen. Aber du wolltest doch auch mal ganz klar. Du schaffst dir so viele homoerotische Momente mit Hinsicht und tust dann so viel. Nein, bitte mach das nicht. Tobi. Weißt du? Ich habe das nicht verholt da oben. Ich habe echt. Curry, du brauchst jetzt nicht ablenken. Trink ganz tief an mich ein, Tobi. Aber mal das nicht. Du kannst ruhig auch mal was zu deiner Beziehung öffnen, die du zu Bronzo hast. Du meinst zu unserer Beziehung? Ja. Jetzt so der mit Bronzo und mit dir. Ja, ja, ja. Du brauchst jetzt gar nicht hier versuchen. Nee, nee, nee. Das kannst du ja auch. Das wissen doch die meisten auch. Wann kriegen wir den neuen Mäh? Der Curry hat vorhin noch gesagt vor der Aufnahme, äh, Bronzo ist eine geile Bumskanone. Auf jeden Fall habe ich das gesagt. Das hat der Wortwörtlich original so gesagt. Ne, das habe ich gar nicht gesagt. Der was zeigt immer nach Norden? Der Bart. Der Bart. Zwischen den Beinen. Der Bart auf Blumen. Der Bart auf Blumen, wollte ich gerade sagen. Der Bart auf Blumen. Der ist aber gut. Boah. So, huch. Der war geil. Der paar langs los. Der Beamer war nice. Hast du, konntest du schlagen nach dem Beamer direkt? Hey, hey. Ich, ich recover mal. Okay. Wer hat beobachtet? Ey, die Sabine ist so geil. Die Sabine? Wir sind freund. Die Sabine ist geil, hat er gerade gesagt. Die Sabine heißt hier. Die Sabine. Mann, hör auf damit, bei Curry. Der Bienenmann ist geil. Ach, auf einmal bist du eifersüchtig, oder was? Ey, wo willst du denn hin? Ja, weiß ich ja nicht. Ich wollte rennen. Ach so. Das ist doch nicht. Die alte, ey. Ich hasse die jetzt schon. Der Curry hat eine neue, glaube ich, einen neuen Killer gefunden. Ich konnte mit der einfach nicht. Mega cool, ey. Finde ich jetzt nicht so. Tobi? Curry? Aber man muss ja fair sagen, er hat natürlich gerade bei dir total alles zu beobachtet, deswegen, weil er jetzt auch wieder funktioniert. Ja, ja klar, gut, das muss man natürlich auch mal sagen. So. Tobi? Habe ich dir jetzt geholfen? Tobi, hallo. Na, du? Ist junger. Hetzten davon. Hört das doch so gut, wenn du dich machen würdest. Ich bin ein Vogel. Komm her, mein Freund, komm her. Ja, Sabine Vogel. Die Sabbe. Komm her, mein Schnuggi-Putz. Ich habe ein Pflaster für dich. Ich tue ein Pflaster auf dein Popöchen und dann stecke ich da rein ein Möhrchen. Bitte was? Weiß ich nicht. Tobi, Alter, du hast so einen Lack gehabt gerade, ne? Geil, oder? Geil, oder? Hammer, oder? Hammer, oder? Curry, oder? Haha, Curry, oder? Tobi, komm mal rum da. Halt die Schnauze. Tobi. Macht ihr auch schön da hinten Dinger und so? Oh, Alter, wir haben gerade einen neuen Mitspieler gemacht. Boah, das gibt's doch nicht. Curry. Was? Hat keiner gehört, hat keiner gehört. Ja, aber der Baba schnell. Tobi. Ich hatte ein Hilfsmittel dabei, deswegen ging er schneller. Also muss genau so lange gedrückt halten, muss das genau teilen, ey. So, kass. Hör mal, lass mich doch mal in Ruhe, bitte. Nö. Das ist echt belästigend. Ich hab heute Spaß. Oh, was ist da denn los? Spaß hat er heute, sagt sie. Komm her. Komm her. Ja, geil. Oh, 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 ich hab's vergessen. Geil. Hallo. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier. Alter, ich hasse Curry so sehr. Scheiße, er kann's, ne? Leider ja. So wie der Guido. Der Guido kann's auch. Der Guido kann's. Boah. Dieses Schreien, ne? Das ist echt ein bisschen. Der macht einen schon ein bisschen tätig. Komm, jetzt auch schon wieder abgeht. Okay, danke. Ah, jetzt ist er wieder am... Das gibt's nicht, Alter. Das gibt's einfach nicht. Jetzt verstehe ich, warum die overpowered ist, Alter. Wenn man das einfach ausfällt, dann ist das mega geil, Alter. Boah, ich muss echt mit der Oden, verdammt. Oh Mist, ich vergesse zu wiggeln, weil du so geil bist. Ja, danke. Guck dir grad voll unter den Rock. Ich fühl mich geerst. Ihhh, ich kann ja unter den Rock gucken. Ihhh. Ja, ja, deswegen häng ich dich hin, aber ich... Alter. Lohnt sich aber nicht. Knusperparty? Waaah. Was? Knusperparty, Alter. Ey, in den Kommentaren haben wir heute nicht erklärt, was das ist. Schön, oder? Ist so lecker, oder? Ja, danke schön, Tobi. Das ist so abartig, ey. Und das ist so abartig, ey. Richtig ekelhaft. Das ist aber richtig widerlich. Boah, Tobi, hab Glück gehabt, ne? Ja, ich höre nur so. Ja, Curry hat auch ne Knusperparty grad zwischen dem Bein. Nein, hör mal, oh! Curry hat auch ne Knusperparty, ja. Ganz sicher. Curry, der Knusperbär, keiner knuspert mehr als er, als Curry, der Lox, das super Knusperfrühstück. Boah! Das ist so ne Familienfeier von denen immer. Einmal im Jahr an Weihnachten. Boah! Du kriegst ihn nicht. Tobi, du, irgendwann ist es soweit. Irgendwann ist es soweit. Du kannst es vergessen. Boah! Ey, du hast so einen Lack, ne? Das ist Können, Kevin, das ist Können. So knapp. Das kennt er gar nicht, der Kevin. Da kennt er gar nicht. Ich bin besser geworden. So weit auseinander wie sonst was, ne? Was wüsst du denn von mir, Alter? Sei mal froh, dass du da spielen kannst, ey. Jetzt kann ich mal von einem richtig großen Publikum sagen. Curry drückt sich vor FIFA. Ja, auf jeden Fall, Tobi. Ist das so? Gegen mich, ja. Das ist aber schon ein Armutszeugnis, Curry. Schon seit Monaten einfach. Das ist schon ein bisschen Armutszeugnis, Curry. Was ist da los? Ja, wir können es gerne zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Sag mir ein, dafür bin ich am Schluss. Das ist ein nächstmöglicher Zeitpunkt, da geht es schon wieder los. Der Klebe gehen die Uhren anders. Das stimmt. Nämlich gar nicht. Batterie leer. Und zwei Monaten ist wieder Donnerstag, da muss ich zur Arbeit. Was? Wo ist denn das Grün? Wo seid ihr jetzt hin, auf einmal? Das ist ja eh krass, wo ihr hin seid, ne? Wir wollen mit dir nichts zu tun haben, versteht das bitte einfach. Naja. Ich möchte doch, dass du es einfach respektierst. Kevin. 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 Hey Currymann. Hey Tobimann mein geiler Freund. Das ist aber schön, dass du mich mal wieder bellen. Das du nicht, dass du mal wieder dort bist. Ich zeig mir mal deinen knackigen Bobbel. Boah mit dem Ventilator ist sehr angenehm zu spielen, aber ab und zu immer so ein blödes Haar im Gesicht und juckt mich. Ich bin immer noch wäschig. Der ist bestimmt Kevin, der steht auch wieder hinter dir. Mein kleiner Freund. Drei Haare. Kann sich Curry mal lange Haare wachsen lassen? Das würde ich echt gerne mal sehen. Ich würde das auch gerne mal sehen. Ich wette, der wäre voll schön dann so. Aber nur dann, oder was? Nein, ich meine sehr feminin. Ich wette, dann wäre der voll schön. Nein, ich meine sehr feminin. Ich glaube, Curry wird dann aussehen wie McCauley Culkin, Alter. Mann, zu spät. Warum? Ah, Mann, Mann, Mann. Wieso ist die so lieb so? Oh, Fahrend? Ich war gerade auch noch dabei. Die Palie ist kein Glück. Was ist los? Kevin, warum tust du diese Dinge, die du tust? Kevin, sag doch mal. Kevin macht das nicht. Kevin, wir waren doch Freunde. Na gut. Und du musst den Kopf nicht hängen lassen. Kevin, das Leben bietet dir noch so viel mehr. Du musst die Menschen nicht töten. Komm, sei da hinten. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wer denn? Wer denn? Oh. 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 E-M-M? Boar, das gibt's nicht. Was denn? Kommt's nicht. Das gibt's nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Es kann wohl nicht wahr sein. hier gibt es kostenlos und mann ich will wieder mal hallo ich bin am stein hängen geblieben und das passiert ja auch das ist noch nicht heute dich ein regenbogen ist offen du kannst mich gar nicht gesehen haben zahnloser alter ich werde gleich mal reinstehen nach dir damit nicht verwundern ich schon wieder kann doch nicht dein ernst sein mach das doch nicht ich bin schon wieder hängen wer einmal hängt der hängt immer das ist ja jetzt das finde ich jetzt ungünstig das stimmt die tür ist offen du musst uns doch du kannst uns doch ruhig gehen lassen müssen krankenschwester du bist um unser wohl besorgt bin ich total auf deiner seite ja aber aber finde ich nicht gut wir können das ausdiskutieren das ist doch einfach ein klärendes gespräch führen das wieder schön meine lehrtaste hält leider nicht mehr lange durch ich weiß ob wir schon zu hilfe sein kämpfen dahin ja der kämpft ja gerade ja ja das finde ich auch das finde ich auch nicht gleich gut also ist egal was auch autobie hey kann man komm bloß her komm bloß her die scheiße aus der rosa scheiße die berichtete nicht ab die blöde nein du sollst her kommen ist super und und kann am baum kerry bitte lass mir ruhig hang am baum ich schwöre du hinkst am schauer auf der hand am baum ok auf der hesselhoff schon ist schon also das muss man das muss man glauben ja wartet wird auf jeden fall darauf erst mal ein big mac der randomness is random ruby hau doch mal ab lass mich doch mal in ruby lass denn lass uns mit dem ruby schon wieder der vergrabsprich schon wieder alter ja ja das sieht ihm auch ähnlich der kevelinger grabbel kevin mein freund spezialgriff das ist nicht sehr nett nein komm kerry 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 warum quittst du mich so pittipa pittipa pittipita hey hallo du hast den salto gemacht super geil ich weiß wo die lute echt ja aber die zeit nicht obi aber vielleicht jemand die braucht kann ich ihn nein der will uns nur als köder benutzen das weißt du aber ne ja aber er kann ja nicht bei beiden gleichzeitig sein ne wenn ich die paren gerade rette ist das ja easy going na gut na gut aber bei mir habe ich Herzklopfen also nicht zu mir kommen gerade you know it du hättest nicht sagen sollen dass er bei zwei nicht gleichzeitig sein kann ich glaube das hat ihn gerade ähm inspiriert curry du bist krankenschwester du bist krankenschwester ja du bist die dreckigste arschloch krankenschwester die ich kenne gute besserung nein 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 komm halt noch ein bisschen aus ich hoffe dein haus schwimmt weg oh das ist doch nicht wahr nein 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 das es ist ohhhh ich war vom Ausgang Tobi hau ab Tobi hau ab bitte hau ab ah du bist langweilig Tobi ey Tobi bitte hau ab scheiße mann ich dachte die paren schafft es noch ey deswegen habe ich gewartet ohhhh du bist echt langweilig Tobi mein zuschauenbutton ist weg Tobi bist du abgehauen ja der ist abgehauen Tobi ist abgehauen nachdem die paren leider gestorben ist ich hab dich extra gehengelassen Tobi weil ich dich liebe weil ich dich liebe Tobi wer soll denn darauf noch reinfallen eigentlich auf diese ekelhafte Art Tobi Tobi ich fand es ganz lustig ne also ich fand es eigentlich eine ganz angenehme Runde ich glaube wenn man beim Curry diese blonden Haare abschraubt am Kopf dann sind da Bonbons im Glas ne da ist der gleiche Appe drinnen über dem Tintuspil das hast du Alter du bist so scheiße und bei dir die Banane was hier passt die ist auch cool die ist auch cool hier wie heißt sie was sieht die denn mhm was diese tanzende meinst du ne ja die war so rechts und links tanz ach hier auch aus Family Guy ähm ach so peanut butter jelly time peanut butter jelly time genau Tobi Tobi ist mein Gegenstück das ist die zweite Runde vom Curry was das war die zweite Runde jetzt ah ok das ist für eine halbe Stunde ja dann peanut 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 Lakritz ich hasse Curry sehr peanut butter jelly time den nehm ich nicht bei Steven an ja ich hab dir ich wollte dir eine Anfrage schicken aber ging nicht weil du mich blockiert hast ich kann es auch gerne nochmal in der Folge machen damit jeder das sieht haha 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 ok ich finde die Krankenschwester scheiße haha nein die ist eigentlich cool nur weil du ja komm die ist eigentlich schon cool aber ich muss echt lernen mit der ich will auch mit der spielen können das war echt eine geile Runde aber nicht immer gewinnen ja natürlich natürlich achso warte ja haha na dann komm können wir raus da jetzt komm ok ich geh aus tschüss tu mir leid ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich dass ihr das nächste Mal wieder reinschaltet sehr Sarah tschüss wo isene hin doch jetzt doch auch salami hose tschüss 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 το ť Dass du mit rotem Lippen schiffst, der so verschmiert ist. Wir haben morgen irgendwie 25.000 Bilder. Das finde ich gut. Schön. Achso. Schön auch anstacheln. Ja, okay, das war die heutige Runde. Krankenschwester war geil. Muss ich sagen. Ist leider geil als Überlebender. Wenn jemand die spielen kann, ist es dann nicht so geil als Überlebender, muss ich zugeben. Die macht so Spaß, ohne Witz. Also ihr werdet euch noch freuen. Auch wenn du die nochmal spielst. Wie gesagt, man muss halt genau timen, wie weit der Gegner entfernt sein könnte. Und dann, zack, muss man zuschlichen. Ja, muss ich gleich noch üben. Ich wollte schon einig machen. Ich dachte, wir sagen gerade tschüss. Achso, ja, dann sag doch mal tschüss. Achso, ja, tschüss, Mann, sag doch mal tschüss. Vielen Dank für's Zuschauen. Ciao mit Vau. Ciao. Ach, der eskaliert, der? Ich sag's doch, Bonbons im Glas, Alter. Bonbons im Glas. Das ist so eine Piniata, weil es da einfach draufkriegen. Ey, ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn man auf dich drauf prügelt, Tobi. Einfach so richtig schöne Fresse zum Reintrügeln, ne Curry, ey. Schön. Ja, ja. Tschüss. Tschüss. Kannst mir gerne mit was da rein prügeln. Was? Bitte was? Bitte was? Bitte was? Das ist wirklich schon kaum noch los. Komm jetzt. Tschüss. Ich, äh. Tschüss. So, Curry, nehmt's nicht auf. Ey, wir haben vorhin nur ein Beziehung, muss man auch noch miteinander sprechen. Nehmt's auch Curry, nehmen wir jetzt gerade alle auf. Ich nehm jetzt auf, ja, jetzt bin ich bereit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Genau. Hallo und herzlich willkommen. Ähm, also falls ihr das synchron haben wollt, ne, ähm, Currys Folge eignet sich da gerade super zu. Ähm, nee, äh, wir spielen heute bei Daylight ist, äh, was für ein Wunder. Ich bin voll müde. Ich muss mich ausgerechnet. Willst du vielleicht nochmal neu anfangen? Nee, ausgerechnet, jetzt habe ich voll die Down-Phase. Nee, ähm. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Das würde ich jetzt auch sagen. Gleich kriegt sich die Wände so, zack, zack, weißt du. So ein Zufall. Oh, wie doof. Ich hab noch nie mit der Nurse gespielt. Noch nie. Äh, Moment mal, hab ich wirklich... Gleich kommt's wieder so voll aufgelevelt. Sagt der Richtige. Sagt der, sagt der Curry in der letzten Folge so, oh, ich kann nicht mit der Nurse spielen. Pschak, bam, zack, bam, zack, bam, weißt du. Ich kann nicht mit der Nurse. Jetzt drückt doch mal bereit, ihr alten Kacker. Ja, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob man... Nurse. Nurse. Ich hab die, ne. Ach komm, Curry, der ist so alt. Der ist so alt. Der ist genauso alt wie vorne, er hinten, ich, Alter. Ja, genau, genau, so sieht's aus. Das ist mir egal. Was hast du mir? Aber was habt ihr denn, was wollt ihr denn vom Intitus? Yo, zweimal gedämpftes Mondlicht. Ja, geil. Gedämpftes Mondlicht. Gedämpftes Mondlicht. Also für mich ist es grad sehr schwer, ne. Die haben grade, das habt ihr ja gesehen, doppelt und so. Eigentlich kann ich als Nurse, als Nurse gerade gar nicht sehen. Also falls ich jetzt schlecht spiele, ne. Wollte ich mal sagen, die sind schuld. Mondlicht, alles. Das ist nur Nurse in den Earth. Nurse. Nurse. Die Nurse kommt aus Mörs. Die Nurse aus Mörs. Das hat die nicht. So. Oh, der Schrottplatz. Oh, der Schrottplatz. Oh, der Schrottplatz. Oh, der Schrottplatz hat auch Vorteile. Die Leute kommen jetzt innerhalb von fünf Sekunden. Ich habe absolut keine Vorteile. Doch, Schrottplatz ist super für dich. So, ich mach jetzt den Generator. Ob wir auch hier irgendwo die Ludovs finden, Alter? Doch, bestimmt, die sind ja eh schon tot. Oder laufen die noch? Ich weiß es gar nicht. Das Problem ist, dass ich auch die noch beinahe habe. Ich meine, war die Sendung geholt. Das Problem ist, dass weiß er nicht, ne. Würde ich mal sagen, dass einer ja wirklich gestorben ist. Ach so, das wusste ich nicht. Ja, ja, ich hab keine Ahnung von denen. Das gab bevorsteht wieder in den Kommentaren. Ich hab doch keine Ahnung von denen. Das wusste ich doch. Boah, was ich mal dachte, das den gab, ist ja erwähnt. Voll die Falle. Boah, das musste ich nicht. Ja, nein, alles okay. Alles okay. Du hast mir doch mal gesagt, dass du jeden Abend geguckt hast. Ja, na klar, auf jeden Fall. Ich wohne ja auch am Ludovsplatz. Das hat ja auch jetzt. Ey, der war so. Was ist hier los? Da musst du dich jetzt gerade lachen, ne? Musst du mal schmunzeln, Curry? Ey, Tobi, soll ich mal schmunzeln? Weißt du, wenn ich schmunzeln muss? Oh, oh. Ach nee, Alter, warum quatsch ich dich eigentlich überhaupt noch an? Jetzt fängt er ja mit seinen Sexwitzen an, weißt du? Das ist echt einfach nur abnormal, der Junge. Au, Mond. Scheiße, ich sehe gar keine. Ich will es noch nicht. Toll, Tobi, du bist echt ein hobbyloses Stück Scheiße, ne? Das sagt jetzt einfach so. Einfach so wegen nichts. Ja, das ist alles anmache. Das ist ein hobbyloses Stück Scheiße, wie ich mein' ich einfach bin. Das heißt einfach aufregend, Regung, weil wir jetzt fast gestorben werden wegen dir. Du hör doch auch so nah, aber das sagst du auch immer zu mir. Ist einfach so. Und tatsächlich schon mal teleportiert, Pan? Was sich nicht. Hat schon mal auch probiert? Nein, nicht. Scheiß an, Curry. Also ich sag dir, wenn du dich teleportierst und du kommst an, dann musst du sofort zuschlagen, weil sonst kannst du nicht. Danke für die Tipps, Curry. Ich rechne dir das echt hoch an. Das macht er hier wieder eine gut, Mensch, weißt du? Er versucht sich einzuschleimen, weil wenn sie ihn nämlich erwischt, dann fängt er wieder an, weißt du? Ich hab dir voll geholfen, ich bin der Currywurst. Curry, versuch dich doch mal beim Jährchen einzuschleimen. Die Folgen sind heute etwas hart. Das bin ich auch. Nicht nur die Folgen, Michael, der Humor ist hart. Das bin ich auch. Oh, Tobi. Aber du bist direkt zu der Köderin, Mann. Da pisst dich doch mal. Na, Tobi? Pan? Ja. Oh, ne, geht grad nicht. Ich würde ja echt immer mit dem Bus paaren. Hast du wirklich mit dem Bus paaren? Mit dem Bus paaren? Hast du den Curry? Mach ihn platt. Geh weg. Du brauchst dich gar nicht beamen. Hau ab. Siri ist aber zum Glück nicht overpowered bei Witscher oder so. Eigentlich ist er sogar noch overpowered. Was hat man die denn gemacht? Na, warte. Ja, wir haben Jürgen da am Strufer glüht. Wer war denn da so fleißig? Der Tobi räumt ab heute. Deswegen sagt er auch gar nichts. Ey, Tobi, Mann, du bist ja richtiger Held heute. Ich bin ein richtiger Hengst, ne? Also das erst gleich. Warum muss der Junge wie immer anschwul das los? Der legt auch echt drauf an, ne? Der will dieser Artur schaben. Ja, ey, der legt. Tobi hat jetzt den Ort gebracht, er ist ein richtiger Hengst. Also, ne? Was ist denn los mit der... Ja, aber du musst doch nicht sofort, du musst doch nicht auf jeden Hengstpimmel aufschwingen. Doch, wenn der Tobi sich anbietet, dann springe ich auf. Okay, gut, dann glattel ich auch auf da. Gut, echt. Das ist ein Ball in den Mund und dann gehst du los. Ich finde das so süß, dass die Gagball heißen. Das wird sich so witzig an. Regenbogen. Vielleicht, wenn jemand möchte. Also, ist so ein Angebot, ne? Aber nicht, dass ihr jetzt irgendwie was Falsches drunter versehen. Nur um Gottes Willen. Um Gottes Willen, mein Lieber. Ich guck mal, ob man noch ein bisschen auch was hier so macht. Ja, ich guck jetzt auch noch mal. Hast du den schon aufgemacht, die Tür? Ja, 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 ja. Das offen ist hier schon bereit. Ja, was machen wir jetzt? Duck dich mal. Duck dich mal. So? Und drück mal die ganze Zeit, wie ASD so abwechselnd so, ne? Dass du so dich drehst. Gut, genau. Vielleicht kannst du dich irgendwas mal graben. Ey, ich glaube, die Spitz kommen eigentlich nur mit dem Einbus. Ich bin ein Propeller. Ich bin ein Propeller. Ich bin ein Propeller. Ich bin ein Propeller. Ey, ich glaube, du kriegst gleich Besuch. Das glaube ich auch. Einfach ausweichen. Oh. Wo ist der Drecksack? Oh Mann. Pan. Boah, da hatte ich ja mal ganz kurz eben einen Herzschlag. Ja, du bist genau neben mir gesprochen. Ich hab nicht mal einen angetatscht. Nicht mal einen angetatscht. Mach mal Curry, der hat ja ich zweimal getatscht. Das ist mein persönlicher Rekord. Mano. Oh, Mano. Das ist immer voll leid. Aber die kann man, ne? Wenn man die nicht spielen kann, ist die fies. Ich werde üben. Also wenn man, wenn man das nicht beherrscht, dieses Porten und sofort schlagen, wenn man das nicht beherrscht, dann ist die echt ätzend, weil man diesen Kopf so hängen lässt. Ich hab's versucht gerade mit dem sofort schlagen, aber... Hier fliegt schon wieder so eine beschissene Mücke irgendwo. Ja, du darfst halt nicht so lange... Hier sitzt irgendwo ein beschissener Körper hinein. Ich weiß nicht. Hier war gerade, wo ist der Sack? Kann man jemand Curry als Mücke zeichnen? Das würde ich gerne sehen. Beim nächsten Community-Treffen oder so, ich krieg einfach so einen Pet-Vlog, weißt du? Es kann auch gerne so eine Fotomontage mit seinem Gesicht sein, so als Mücke. Ja, gerne. Also alles wird gerne genommen. Einfach mal bei Twitter posten. Würde mich interessieren. Curry? Ja? Jetzt geh, geh irgendwo hin. Wo auch immer du gerade bist. Was macht ihr denn gerade? Ach, der Curry läuft noch rum. Ja, der ist hier irgendwo. Hier. Ahn, hier. Du bist so eine dreckige Sau. Der Curry ist ein Mobber, einfach. Nee, ich bin einfach... Der ist einfach Mobber. Ich wollte nur sicher gehen. Ich wusste. Ja, komm doch mal. Na mal, wie sie hier rumfliegt. Komm, komm mal, wie... Hörst du so beim Boden schleifen, hast du das gesehen? Aber ich weiß nicht, dass man keinen Cooldown hat. Man hat zwar dieses, dass man sich da... Warte, ich erfährt. Ja, die wackelt halt so mit dem Kopf dann. Die wackelt so, man hat an sich keinen Cooldown, ja. Aber nur ganz kurz. Aber ich... Das nervt mich immer. Aber das liegt daran, dass ich einfach niemanden getroffen habe. Domi! Ja, was? Was ist los mit dir? Curry ist ein Hoeneß? Ja, aber du hast uns schon allgemein gut getroffen und gesehen. Ich? Ja, aber nur hinterher... Meine Stärken liegen eher beim Überleben. Der Hoeneß, ne? Der Hoeneß, ne? Der Hoeneß, der machen. Wie, der Hoeneß? Das war ja nicht. Naja, nicht. Richtig geil, den Nürnberger, ne? Willst du mal probieren? Nein, Curry. Nürnberger? Was? Weil du gar nicht aus dem Nürnberg kommst. Was? Das ist eine kläge Klatschwurst, weil du da unten hast. die nürnberger sind auch so aufgeringelt ich meine nürnberger das ist ein ringel ist ein kringel ich habe da so eine leine so eine schweine schwänzchen ist doch normale bratwurst so kleine einfach oder die nürnberger was waren diese die sache das waren schnecken das waren die schnecken die nürnberger schnecken der farm ach so scheiße ich mache jetzt mal eine ganz schnelle runde habe ich war immer gespannt ob irgendwann neue spielmodi dazu kommen ja auch haben sie auch gesagt so ein killer tag team oder sogar auch nicht okay das war der geil bei daylight bb das hatten wir noch schon mal als back weißt du noch kann ja das war richtig geil die runde war zwar sehr schnell vorbei aber es war echt so voller schlacht fest dann ist es wirklich an allen ecken und enden schreien doch grüß gott schlacht wird ja schon einer dran gibt es hier nicht auch diesen tobi baum da ja ne das wurde eine familie hängt ja das ist hier recht haben aber das ist nun nicht mal ein stein gewesen also heute so ein ball in einem ich würde hier weg gehen sehr geil leute ne nicht wirklich für mich war es glück zurück zu mir hat es gerade gar nicht gemerkt hast du gerade echt nicht gemerkt nein ich habe so gemacht ja ja ich kann es ja meine folge gerne reingucken und leichter lassen wenn ich doch immer bis mir jetzt hier du merkst das nicht ich will ja ich bist du das mit einem daumen an das gerade gemerkt dass du durch mich durchgeflogen bist ich habe einen braunen daumen wenn ich bei dir bin aber das ist doch immer gut ja ich habe noch eine runde ist die pane überhaupt dabei gerade ja ist das scheiße und warte ab ich glaube wir haben die pane in der lobby vergessen das ist so mies das ist anders so gemein das ist ja auch so leid eigentlich warum fragst du sowas denn sagen was willst du ach komm mal du bist gerade der größte hier weißt du so ein horst alter echt ganz richtig du bist echt süß ne ahn ja ja bitte auf ich finde das nicht gut für deine sprüche du alte kacke du alte dreckige kacke hey hey paar was soll das was macht ihr da was machst du denn was macht ihr denn da was war das ja ich bin halt zu weit geflogen hey ähm ich will aufnehmen wie du fliehst hat er da Tobi was ist denn los was ist denn gerade ich dachte die wäre bei dir ich dachte die wäre bei dir die saß dir genau gegen die oh Tobi oh Tobi Tobi ist da verletzt Tobi gerade das war voll gemein von dir wo seid denn ihr was machst du denn da was macht ihr denn da was macht ihr denn da was macht ihr was macht ihr was denn hey wieso Curry was macht ihr denn ich bin gerade kurz an Ausgang gegangen bevor ich den aufmachen hallo Pan hi geh bitte weg ich kann ich was ist denn mein guck mal da sitzt der Curry auch noch guck mal siehst du den Curry da hinter einer alter du bist so ne kackfratze ohne scheiß Alter du Miststück ohne Witz was bist du für ey du bist so ein Pisskopf ne ohne scheiß ey du falsche Sau ne ey ich kann mich da noch schön daran erinnern als du damals auch einen von uns verraten hast ich habe es doch nicht wenn ich zwei Meter daneben sitze natürlich Curry ah das kriegst du zurück also lass doch der Pan auch mal bisschen mal sparen das kriegst du zurück ey warum hast du jetzt hier liegen bei Curry weil der Curry weil der Curry weil der Curry Scheiße ist weil ich das ganz genau wusste dass ihr das ist ja echt ey ihr seid so doof hallo hallo macht er wieder so ne Spielchen wo ist der andere wo ist der andere wo ist der andere Tobi hätte ich ja gern wiederbelebt ne aber ich kann leider gerade nicht Pan hätte ich doch sowieso gesehen du saß da mitten da auf jeden Fall hätte ich gesehen sie hat sich ja komm jetzt trete ich dich raus kannst du vergessen alter ist vorbei ich hab auch kein Mitleid mit dir alter ich hoffe sie hängt nicht zuerst ja mit dir hab ich auch kein Mitleid so wie du aussiehst man achso aber er war vorher noch an schwulen immer ne ja ich hätte dich ja auch zur Not genommen tschüss tschüss hey Tobi hi entschuldige bitte wo ist Tobi muss er gar nicht mit einfach noch den Tobi voll verraten so was ist es los Ohja Tobi das wollte ich das wollte ich schon immer ja geil dich Tobi auch um bisschen die Läuse auch um Sack ja klar geil ich hab hunger Tobi hatte zweieinhalb erst mal ein Pickup ja ich war gerade ich habe auch kein öel gefunden mein puß warum du hast dich voll geschlagen wie im richtigen leben wir haben den zahn schon wieder vergessen auf halbweg Curry bist du noch in der Map? Schade es war so klar aber Curry hoffen wir zu spielen was machst du denn da alter? Curry was bist du für ein Arsch? ich hatte gerade Schwindel das Schwindel hast du wirklich du bist so ein Schwindler einfach hat der Tobi wieder belief ja Curry hat Schwindel was er mir gesagt hat aber wir können rausgehen ähm ok wer fliegt? beide fliegen wir fliegen alle ja das ist ja schön wir dürfen einfach nicht zuschauen dann gehst du wieder ins Menü und dann gehts weiter oder? ich habe jetzt mal zurück gemacht geh mal ins Menü ich bin jetzt hier auf der Punktetafel ja ja ich auch ok Tobi ich auch ich auch ok Paul ja ich probier grad was ja was denn? du übst gerade ja war ja klar ach du bist noch drin? ja ja und wann ist jetzt zu Ende? ja gar nicht paar muss rausgehen guck mal wir haben erst 19 Minuten wir müssen sowieso noch eine Runde machen ja ja das ist ja kein Problem aber äh spiel verlassen Moment ich find's schon sowas geil dass es dieses Update gab wo endlich mal alle Bugs gefixt wurden die bekannt sind das ist ganz cool ich find das auch wichtig einfach weil schmachvolle Niederlage das bringt's nach vorne schmachvolle Niederlage hatte ich auch schmachvolle Niederlage hat ja auch das ja aber äh ich finde das ist vollkommen ok für mich so los drück ja Entschuldigung Entschuldigung Frau General drück hart Curry hey Tobi hey Tobi Curry putzt sich grad die Zähne Tobi hm was denn? Tobi tarts jetzt bei dir? hä? doch bei mir warst du auch nicht bereit nee aber ich glaub die Mehrzahl war bereit deshalb ging's trotzdem los ah ok das ist immer neu das ist warm ey huf ey der ist ein echtes System vielleicht ist das halt bei äh zusammengeneratoren ja bei gemeinsamer suche Ding ist da auch gemeinsam überleben das wär cool schon mal vor das ist ja gegen einen gegen einen der einskiller voll geil wir hatten glaub ich alle in unseren Kommentaren diese ganzen Tipps mit stellt eure Region auf russland um blablabla das Problem ist halt wir werden nie jemanden von der Community äh äh finden nie also nie jemand der halt die Lobby jump wir wollen ja ja weil survive us friends dass äh einer aus der Community der Killer ist weil ne so zufällig das wär schon ganz cool deswegen ich find das gut am besten einer der Level 20 ist und noch keine Skills hat dann können wir auch überleben ja da wär ich auch für vielleicht haben sie die Lobby jetzt aber auch endlich mal gefixt wär echt schön oh Gott oh Gott was denn bist du gläubig oder war ganz ganz dringend Pipi was lass da laufen dann pisst doch einfach hin das merkt man bei der Wohnung noch sowieso nicht mehr woher wusste ich das jetzt ich wusste dass das kommt den kauf ich mir guck mal Tobi so ist doch schön oder nicht woher siehst du das wie die wie diese Dinger um pulsieren die Antreiber da was meinst du damit schön oder ja schön vom 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 морinden zum 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 vom im zum zum das Weihnachten einfach nicht ausmachen und einfach er kunden ich will nicht mit also nach das ist eine natur ich glaube der kürzer nicht dein vater mal wieder sie kürzer schief gelaufen ich habe nicht gewünscht alter pan kommt auch bei ecke haut einfach mal drauf ich hab den toby von so weit weg schon gesehen was sollte ich einfach nur glück hier aber gehe ich in das haus so wie das haus ist böse übrigens zu wies nächste runde der killer wir müssen uns jetzt alle einschleien bei ihm die ganze körper ich werde die alte genauso gut spielen können wie ihr auf jeden fall so wie du kannst du immer nach vorne laufen okay vor die beleidigung aha kürzer sucht sich immer neue randgruppen hier beleidigt ich meine im spiel hier tobi so wie du bist doch echt ein toller mensch entgegen wir da was ich meine geheimsprache das ist wie der typ aus gta also ich habe übrigens bei gta das muss ich mal kurz oft hier so erzählen ich habe frikadella gefunden er wie wo ja die leute neben in dem dem einen ein städtchen rum mit meinem däckchen in diesem pines ding ist dann sondern in so einer verlassenen gegend irgendwie ich zeig dir das mal aber nicht die original sondern sieht aus wie oder was sie aus wie ja ja natürlich ja ok ich hätte mich jetzt auch stark gewundert wie sieht es aus generatoren mäßig da also stimmte konzert durch streben das vergessen sie kann alles tobi sie kann alles ja hör doch mal auch gemütlich hat sie hat heute auch ein paar macht die generatoren ja ja meistens also aber heute wenn die zeichnung kommst du denn hier alle was denn wo du herkommst da ist nichts gutes naja ist gut echt sicher klar ich habe keine herzgopfen werden alles im bester ort wir brauchen noch 1 1 1 generatoren war hat ihn gerade jemand was denn welchen generatoren will so klein ja ich suchte ihn gerade irgendwie ach so ich bin schon beim regen weiß was lustig ist die gepaaren ja was du bist vorhin hinter tobi ja gewesen ja ja und da hat er geblieben hinter dieser palette oder oder da war ja du hast genau du bist genau vor mir ausgetaucht genau vor mir mit dem rücken zwar alter ich habe mich mega erzielen ich muss das raus lassen und das will ich sehen das war so krass da ist mir klar dass du das sehen wirst was meinst du denn damit tobias ich brauche echt ein bisschen ich muss auch üben tobias was meinst du damit kann ich lass es bitte tobias oder warmen flüster stimme wo einmal haucht ich mache noch wenn ich was nicht fertig ich muss immer wenn jetzt jemand so dass jemand sagt muss man geht ja denken nein das war so geil das war ja die hölle teilweise ich weiß ich habe echt an mir selbst bezweifelt so gut ich werde sterben leute ich werde sterben ich dachte schon der kari hatte sich jetzt irgendwie durchgebacken scheiße ich meine diese mitte weiß für scheiße quatsch curry alles scheiße ich habe mit mitleid haben ich weiß nicht warum er noch fertig machen ich auch nicht es geht aber nicht also wieder die alte drecksau was bitte was alte dreckige sau voll hart am beleidigen das schon ich frage mich wo sowas gelernt hat bei dem meister meister oder was ja bei dem meister der mein herz ist es gerade echt hoch mein herz springt das raus aus der brust oder was gerade richtig am pulsieren ich habe mich gerade vorher geschreckt ach so was mache ich denn da soll das denn nur so haust du denn auf mich warte mal hier ja du mich noch hinzulegen bitte das kann schon respektlos was du da machst mit mir und das ist gut ich muss das machen so jetzt habe ich besser ein blick auf die ganzen auf die ganze umgebung was solltest du dass jemand deine füße riechen warte warte macchiato warte warte macchiato was war das denn auch so eine aktion ich bin schon draußen jetzt das ist gut die scheiße blut hallo wie tschuldigung super wie mach das mal alter 20.000 was du denn gemacht wer denn ah der curry was sagt der denn der junge ich musste grad kriechen tschuldigung ach da ist er schon weg jetzt habe ich keine aufblitzen sehen schade ich glaube der fallensteller liegt mir mehr aber die muss ich dann erstmal üben jetzt müssen wir ja alle ich bin dafür dass alle die krankenschwester nie mehr spielt warum denn nur ich ja weil das ist einfach so ich bin gespannt wie der tobi so gleich spielt ja ich auch ich glaube der curry zieht sich zu hause nämlich krankenschwester klamotten an und übt heimlich immer ja klar er hat früher immer seinen traum krankenschwester zu helfen durch meine wände seitdem haben die doris jetzt auch nur noch papier wände ja weil er sonst immer gegen geklatscht ist man meint funktioniert nicht ne also ich muss auch ich muss echt auf jeden fall nochmal mit ihr üben aber ich glaube echt ich habe meinen monster gefunden ich war der fallensteller der liegt mir echt am ok du kannst hier mit ihr ich muss das jetzt sagen du kannst ja länger halten und dann kannst du ja teleportieren dann kriegst du die kopfschmerzen du kannst das aber auch dreimal hintereinander machen das habe ich gerade geschafft so fiu 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 dreimal hintereinander teleportiert das geht hat geklappt auf jeden fall bei mir wenn man das übt und du kannst die ganze Karte und dann einfach zuschlagen du musst das machen bevor ganz schnell bevor sie ihre Kopfschmerzen kriegt halt fiu 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 das ist aber schon ultramies wenn man das beherrscht das ist schon krass ja ne tobi wenn du da noch die ganzen Pucks dazu hast ne Du hast das jetzt übrigens erzählt bevor Tobi und die runde geht ne weißt du ja das ist mein Vermächtnis Tobi jetzt mach was draus Tobi ja mach was draus Ich bin gespannt und bis zur nächsten Mal! Wieder auf zu zuschauen. Tschöööööööööööö. Penis!